Musik Und damit wünsche ich euch herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute habe ich hier 5 Päckchen erstmal am Start, eventuell öffne ich noch mehr. Kommt drauf an wie viel wir abhaken können. Wieso abhaken? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Tadaa! Leute, ich habe eine schlaue Liste endlich wieder am Start. Die Let's Collect schlaue Liste. Ich hoffe ihr könnt meine Schrift lesen, falls nicht, mir egal. Weil am Ende des Tages muss nur ich sie lesen können und nicht ihr. Und ich würde sagen, wir starten. Wir starten direkt rein, drehen um und beginnen mit Skubrowski, Skubrowski. Und die erste Karte, die wir abhaken können. Und dann war Christian Günther 162, ist doppelt. Dann haben wir Ambrose 339. Aha! Zwei Insatz im Pack, beide kann ich einsortieren. Besser kann es nicht laufen. Fiat 1, 193. 332, 390, 49, 266, 414 und die 11. Ja, das sind halt die Insatz, die am Ende des Tages hier gönnen müssen. Also, die Powerkarten. So gesehen, die 37, aha, Union Berlin Logo. Der Nubejic, leider doppelt. Der hat 89 doppelt, der hat 8 doppelt, 62 doppelt. Der hat 11 doppelt, 16 doppelt, 113 doppelt. 165, Busch von Heidenheim. Basie, wichtig und richtig. 241, Jeremy Friempong, der Ansgar und der Arne. Ist nix. Pack Nummer 3. Haben wir André Kramaritsch mit der 197. Leonardo Bittencourt mit der 90, leider doppelt. Dann haben wir hier vorne in Dortmundern Rohrdiamant, 123, auch doppelt. Jung 78, doppelt. Ulrich 317, doppelt, doppelt, 273, nicht doppelt. Marvin Friedrich, geil, sehr, sehr nice. 422, Hauke Wahl von St. Pauli, auch am Start. Woppa, die 40, Juranovic, was für ein Pack. Pakadara und Cesko. Schade, aber trotzdem super Pack, man. Super, super Pack. Zwei haben wir hier noch. Leipatz. 446, aha. Ajoq ist aber doppelt, das weiß ich. 168, 432, 420, 810, 335, 264, Tom Kraus, auch nice. Niklas Jüle, 110. 175, 248, 130 und die 204. Okay, aber ich bin schon zufrieden. Ich bin definitiv schon zufrieden mit der heutigen Ausbeute. Bayern München, 289. Marco Reus, 126, leider doppelt. Anton, 58, 102, Ball, 406, 283, 387, die 20, die 225 und die 429. Alles doppelt, aber egal. Es liegen einige Karten hier auf dem Tisch, die ich jetzt mal ganz kurz vorsortieren werde. So, nach hinten, nach vorne, nach hinten, hier dazwischen, da dazwischen, hier dazwischen, nach vorne, dann dahinter und dann nochmal so. Wunderbar, jetzt los hier, es geht los mit den Unionern, mit den Eisernen, mit dem Logo da oben und mit Juranovic. Und somit haben wir die Eisernen komplett, die Vanetti. Dann Heidenheim. Heidenheim fehlt noch eine Insat. Kramaric, wo kommt der hin? 95, 96, 97, Sprung. Dann haben wir die Mainzer, die Menzer. Wo kommen die Menzer hin? Da ist er, Tom Kraus. Das heißt, zwei fehlen noch von Mainz. Gladbach, Marvin Friedrich, Bob. Gladbach fehlen noch zwei. Unter anderem das Logo. 139. Och, hab ich falsch gemacht. Wer kommt da hin? Ja, moin. Das heißt, das fehlt mir gerade nicht die 343, sondern das fehlt mir die 43. Ja, moin. Das war's komplett, aber hatte ich nicht gezogen, ne? Weiß noch jemand? Hatte ich den schon mal gezogen? Ich hoffe nicht, Allah. Wenn nicht, muss ich ihn nochmal ziehen. So, dann noch die zwei Matchwinner der zweiten Liga. Dann machen wir mal die, die haben wir hier. 442. Boom. 446. 44, 45, 46. Da in die Mitte. Und dann war's das mit der heutigen Folge vom Let's Collect der Top Smash Tags Bundesliga-Serie. Okay, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis bald. olis. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020